Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play The Walking Dead. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt ins Lager schleichen und das tun wir doch einfach mal. Und das möglichst leise natürlich. Siehst du jemanden? Nee, ich sehe nichts. Also ich sieht leer aus. Sieht leer aus. Es geht eh schlimm aus. Da kommt bestimmt gleich einer hinten vom Wald. Oder da drin liegt ein Zorn. Dann, dann, dann. Dann. Dann schauen wir uns doch einfach mal um. Abfall. Abfall ist immer gut. Ja, nur ein bisschen. Ihhh. Ihhh. In so einer Welt voller Zombies und so, solle man auch Abfall keinen Schreck haben. Nicht abschrecken, lassen natürlich. Äh, eine Lattenbox. Mit Latten. Nothin. Oh, mit Milch. Äh, eine Kiste. Empty. Warum hat er die jetzt weggeschoben? Hm. Egal. Einen Gartenstuhl. Setz dich hin. Looks like they expected to be here a while. Jo, vielleicht. Ein Zettel. Das sieht ziemlich neu. Anybody inside? Wenn der in Kindergröße ist, dann sieht es, glaube ich, nicht so nach dem Bandinenlager aus. Also, die haben natürlich Kinder gekidnappt, oder... Ich möchte nicht sagen, gefressen. Aber ich hab's gesagt. Just water. Irgendwie vertraucht er an Umgebung hier nicht. Das sieht bestimmt irgendwas. Jo, kann schon sein. Wenn sie in Kanister. Hm, Safe-Lots-Kiste hier. Das ist zu viel für eine Person. Das ist zu viel für eine Person. Oh, was liegt denn da? Untersuchung, Milchkarton. Was haben wir denn da? Eine Kamera. Was findest du? Video-Kamera. Let me see that. Batterie's dead, though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Hm. Ist doch egal, wer sich führt. Hauptsache, sie funktioniert. Hm. Looks like they were moving a lot of stuff. Ich hab doch jetzt aber eigentlich alles angesehen. Hallo. Oder ist was Neues hier? Kann ich gehen? Nee. Dann muss hier irgendwas noch sein. Die Flaschen haben wir vorhin schon angeschaut. Aber es sieht so aus, dass jemand davon aus diesen. Recently. Hm. Kartenstuhl. Nur anschauen. Ach, da hinten geht's lang. Oder auch nicht. Hier ist doch nichts mehr. Lass mich doch gehen. Hilfe. Ah! Dann halt noch mal schauen. Schau ins Zelt. Ui. Ein blutiges Häschen. Ein Foto. Na, schauen wir uns das Foto an. Ich glaub irgendwie nicht, dass das Banditenlager ist. Jesus. Da ist ein Kind, die sich in das verbunden ist. Was ist mehr so. Dann hier haben wir noch einen Schlafsack. Da liegt irgendwas. Wo? The hell? Don't you fucking move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. You steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Who the fuck are you? Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're not men. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? A little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for us. What the fuck? Hey, man, warum hat er die jetzt erschrocken? Spin der ein bisschen? Hey, du hast die Frau ermordet. Ach noch. Na, ganz toll. War das vielleicht die Mutter von der kleinen? It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, That's it. We're going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea, to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Jetzt haben wir eine Armebrust. Come on. Darf ich den Teddy noch mitnehmen? Ich will den Teddy. Ah. Teddy, Teddy, Teddy. Man, Das war's a hell of a ride, huh? Das war's a hell of a ride. 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 And Lee? Das war's a hell of a ride. Don't worry, don't worry, don't worry about them bandits. I'm sorry, you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wonder too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cattle. That woman is a lifesaver. Okay. Ich würde einfach jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal zu der kleinen Clemente ein und geben hier einfach mal ihren Hut. Den wollte ich nämlich schon länger. Und hier zieht ein Gewitter auf. Ich hoffe, man hört das im YouTube. Aber wird man schon. Na 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 na. Hopp, lauf an die Tür. Komm, mach auf. Gott, ihr hört mal geölt. It's okay Clementine, you can pet her. It's okay, go ahead. It's okay, go ahead. Whoa. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Wahrscheinlich hat sie schon mal dran gelegt, deswegen, naja. Okay, jetzt gehen wir erst mal ihre Mütze. Ja. Here, Clementine. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Ähm. Ich denke mal schon, also eines Tages sicher. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Have I missed anything? No, not really. Hm. It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Hehehehe. Andy. Sprechen mit Andy. Hey there Andy. Yeah? Wie geht's der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Wann glaubst du, können wir essen? Er hat nämlich richtig Kohldampf. Würde ich mal behaupten. When do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama is cooking up some good gruff. Da kriegt der Kleine aber große Augen. Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah, he, uh, he probably talks a little more than he ought to. Thanks. Yep. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Kuh an. She looks skinny. Sorry. Ja. Mit der Tierärztin können wir nicht reden. Ey, der hat ganz schön viele Preise gewonnen. Dritter Platz, Zweiter, 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 Erster und Dritter. Aber viele Erste sind es nicht. Was haben wir denn da in dem Stall? Wow. Nichts. Ganz toll. Okay, gehen wir wieder zurück. Und in dem Stall? Ein Leckstein. Hoi. Und sonst nichts. Okay, zurück. Und was im letzten Stall ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.